Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Yakuza Zero, wo ich es gerade ausgesprochen lustig finde, dass ich hier mitten auf der Straße eine rauche und der Junge mit seinem Wegelchen sich hier so dermaßen darüber aufregt. Ich feiere das ehrlich gesagt gerade schon so ein kleines bisschen ab. Ich finde es sehr gut. Auch die kleinen Details in diesen Spiels, ne es sind die kleinen Details in diesen Spiels, die das so genial machen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg oben in den Park. Wenn wir gerade hier sind, will ich einmal kurz... Ähm... Ich wollte kurz nach den Karten gucken, die da oben im Park sind. Nanasee ist nämlich da oben. Ja, es ist problematisch. Die andere, die da oben ist, ist nämlich Reika, aber es ist Reika B. Mir fehlt Reika A, das heißt, wir müssen da später nochmal rein. Okay, dann ist es im Moment eh nicht wichtig, weil ich habe mich dazu entschieden, wir gehen jetzt in diesen Park. Also... Müssen wir uns die Karten für ein andermal aufheben. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier später nochmal betreten dürfen. Genauso wie Little Angel, da ist ja auch eine Karte drin. Irgendwann müssen wir uns da auch frei bewegen können. Es sind sogar zwei Karten rein, Entschuldigung. Das hier ist also West Park. Ich hoffe, es gibt einen Ort, an dem ich schlafen kann. West Park ist sehr groß. Ich habe vielleicht gesagt, wen suche ich? Nanasee. Die müsste dann hier irgendwo sein. Nicht, wenn ich das richtig deute, aber das Problem ist, dass diese Karte von West Park mir hier nicht angezeigt wird. Nur West Park als Ganzes. Also einfach nur als da ist West Park. Nicht mit irgendwelchen Wegen oder sowas. Also müssen wir einfach gucken. Oh, ich könnte natürlich. Jetzt fällt mir das ein. Ich weiß nicht, den Encounter-Finder. Äh, wir haben doch auch so einen Karten-Finder, ne? Den ich schlauerweise natürlich nicht dabei habe. Das ist ärgerlich. Ah, das ist eine Telefonzelle. Dann können wir uns das ja holen. Hast dich erledigt. Hab ja gerade was entdeckt. Nanasee Otoha B. So, cool. Ah, das sieht aber schon ganz cool aus hier auch. Also, von der grafischen Darstellung her, ne? So an sich eher ein bisschen trostlos. Aber gut. Ihr versteht hoffentlich nichts mehr, ne? Was denn? Was das denn? Oh, der ist ja... Oh, das stimmt. Ach so. Was das? Ja, das war es in der 3al-Konferenz. Ja, ja. Was hast du mir gedacht? Aber was hast du hier gemacht? Du hast keine Haus. Du hast es genauso. Was ist das? Das ist das, was du wirst. Ah. Und dann... Ich habe hier eine Nacht, wo ich nicht in der Nacht sein kann. Ich habe keine Angst, dass ich etwas mehr zu tun habe. Okay, dann werde ich das in der Kugel. Aber ich habe keine Angst, dass ich das nicht so gut bin. Ich habe keine Angst, dass ich das nicht so gut bin. Ich hab's aber da! Das ist aber schon nett von Ihnen, ne? Dann nehmen wir doch sein Angebot direkt an. Das muss die Zuflucht sein, die er erwähnt hat. Sollte mich zumindest davon abhalten, heute Nacht zu erfrieren. Na dann, gute Nacht. Das reicht für heute. Das ist die Zuflucht. Das ist die Zuflucht. Die Leute, dann gehst du da. Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was sind die Hohbuherrsa? Das ist das Hohbuherrsa. Hey, da sind auch zwei. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Das ist der Name Hohbuherrsa. Das ist das, was ich hier? Das ist das, was ich hier? Da ist das auf Ecken. Das ist das purpose, was ich hier? Was ist das für mich? Die bunny ist vorbei. Meine Eltern die Nachazin, die sind leider nicht zu sein. Informationen sind und liegenама. Das gehört aus... Verifizieren Sie. Was ich rincht? Hey, ihr habt zu, warum, zu rasaßen? Was ist das? Oh, 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 oh. Ich habe das gemacht. Das ist ein großer Fehler, oder? Ein Scherz, ein Scherz! Ich bin ein Scherz. Ich bin ein Scherz. Ich habe das nicht eine Scherz. Wenn ich mich nicht verletze, dann habe ich mich nicht davon. Ich habe das nicht mehr, wenn ich mich nicht. Aber ich bin so schlecht. Ich habe das nicht gesagt, dass ich mich nicht verletze. Ich habe es so gut für mich. Ihr habt ja nicht die geringste Ahnung, womit ihr euch da gerade anseht. Das war der erste. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ich habe mich verabschiedet, dass ich mich verabschiedet habe. Na, das ist Kimin, oder? Ich habe ihn mit dem Kuchen gemacht. Das ist doch ein bisschen ein Schminder, oder? Nein, ich bin ein Schminder. Ich bin ein Schminder! Ich bin ein Schminder. Ich bin ein Schminder. Ich bin ein Schminder. Musik 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 Das Mann, der mich schon mal wieder an uns an. Vielleicht wird es nicht mehr wieder hier sein. Ja. Also, ich habe noch nicht noch den Namen. Ich bin Kieryuh. Kieryuh? Ja, das stimmt. Ich bin sicher, dass die Leute in der Stadt die Doudzima-Kurse aus dem Namen der Stadt ist. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr so liebte. Ich bin sicher, dass ich hier nicht mehr so liebte. Wir sind immer so liebte, dass ich mich nicht mehr so liebte. Genau, das stimmt. Oh, guck mal, da ist was, das tut so, als wäre es ein Hund. Tachibana hat gesagt, er würde mich abholen. Ich sollte mich vielleicht aufmachen zum Parkeingang. Ja, dann machen wir das doch. Oh, Entschuldigung. Boah, ist gerade erst lach geworden, meine Steuerung ist noch nicht so ganz. Ach, Shiba Inus sind schon schön. Entschuldigung, war keine Absicht, scheiße. Hier hinten sind wir noch gar nicht unterwegs gewesen. Hier irgendwo müsste dann die zweite Karte liegen, aber aktuell ja noch nicht. Oh. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Hier sind die japanischen Glücksspiele, von denen ich vor ein paar Folgen erzählt habe. Blöd, dass Kiryu gerade nicht in der Situation ist, dass er das wirklich nutzen würde. Aber ich merke mir das mal für später. Im Moment haben wir andere Sachen zu tun. Ja, ich sehe, ich sehe. Ach, ich sehe, ich sehe. Es gibt dich sehr schön, aber... Ja, ich sehe, ich娶. Ich sehe, ich sehe. Ach, ich sehe, ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Jetzt gehe ich auf der Fahrt. Oh, ja, dann. Okay, dann gehen wir bald. Okay, dann gehen wir bald danach. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das Hauptquartier des Tojo-Clans. Weil im Hauptquartier von Dojima waren wir ja schon. Das war's für heute. Ich finde es schön, dass derjenige, der ganz alleine das Dojima auf Quartier gestürmt hat, diesen Plan verrückt nimmt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Dann räumen wir mal ein bisschen auf, wa? Wie zart Typen hier sind ja wohl nicht ganz gut. Wir gehen zwischendurch schon die Körper aus hier. Okay, jetzt läuft nicht mehr so viele. Steigen wir auf nen anderen D-Lock. Tschüss Mann! Ich glaub wir sind ein bisschen mehr wert als eine Milliarde. Sieht aus, als wären Oda und Tachibana sicher rausgekommen. Wo muss ich lang? Da hinten muss ich lang. Ist auf dem Weg noch irgendwas einzusammeln? Da hoch kann ich nicht. Dann hier doch. Hey, da da hier ja. Hi! Okay. Ich weiß, was ich nicht so gut. Aber ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich nicht so gut. Ich weiß, was ich. Ich hab schon mal gesehen. Ich hab schon mal erlebt. Ich hab auch noch Kiryu-san. Ich hab auch nicht gewonnen. Ich hab auch nicht gewonnen. Tachibana. Hm. Ich weiß nicht. Ich hab schon gesagt, was ich gesagt? Ich hab auch nicht gewonnen. Wenn ich mich an, dann werde ich noch ein paar Jahre hervor. Ja, wir haben 400 Millionen zusammen, wir können uns für die nächste Fähigkeit freischalten, da war doch noch eine, ne? Und PAM! FALCON PUNCH! Da kommen ja noch mehr! Ja! 4 von 1! Wuh-ja-ja-ja! Schön! Hier fangst! Wo ist da nur noch einer? Ach, Mensch! Wuh-ja! Wuh-ja-ja-ja! Wuh-ja-ja-ja! Woh-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Wuh-ja-ja-ja! So, Jungs! Weiter geht's! Eigentlich wollte ich so ne Laterne einsammeln! Wuh-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Boom. Alrighty then. So. Finger, schwinge und schwinge. Was passiert hier gerade? Ja, nimm das. Ja, nimm das. Ja, nimm das. Du nervst. Guten Nacht! Wie viele Leute haben die wohl noch? Ob einer von den Großen noch auftaucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Also die großen Dojima-Familienleute, meine ich. Von denen wird wohl keiner hier sein, ne? Es kann doch nicht wahr sein! Den hab ich jetzt nicht getroffen, weil der sich gerade aufgepowert hat oder was? Ich dachte, BIEF ist der Spiel, bei dem ich diese Attacken einfach... ...einstecke! Ich würde mich nicht nur anschauen, wie ich das noch zur Seite habe. Ich würde dich nicht nur mit den Geraden gewinnen. Aber, Lass mich nur mit dem, dass ich da heute mal nicht mehr komme, also mit einem der Geraden der Kräte hab ich mal ein bisschen mehr ausgebrochen, damit irgendwas wird. Da kannst du auch noch nicht mehr davon helfen, teilen wir ordentlich aus, ne? Guck mal, da kommen noch mehr. Ah, hier wird's noch mal spannend, ey. Ja, einfach immer Rennen rufen. Schon wieder so einer. Mensch! Das find ich schon frech. Ja, wenn mich da einer zum Duell fordert und dann schlägt einfach einer von hinten drauf, ist doch scheiße. Ach komm schon! Da steck ich ständig an den Leuten vorbeischlagen, nervt mich! Du gehörst jetzt ganz allein mir! Ja? Du bist jetzt mein Punching Ball, du Blödmann! Und tschüss! Du gehörst jetzt! Du gehörst jetzt. Du gehörst jetzt. Du gehörst jetzt. Du gehörst. Du gehörst. Du gehörst. Du gehörst jetzt! Du gehörst. Du gehörst jetzt! Du gehörst. Ich bin der Mann, der Kiel und der Kieler. Ich bin der Kieler und der Kieler. Das ist ein Wunder, der Herr von Tate. Mein Mann. Die Leute, wenn man sich in der Kieler kiehen, dann kann man sich nicht mehr schlafen. Das ist alles, was ich. Ich habe keine Kieler und der Kieler. Ich habe noch mehr Kieler. Ich habe die Kieler, die Kieler, wie ich mich verletze. Oh, so. Ich bin nicht so, dass ich mich mit Avanu und Avanu nicht beantragen werde, Shibu-Sawa. Ich bin nicht so, dass ich mich mit meinem Hande verabschiede, mein Vater. Oh oh. Ich sag dir, der ist gefährlich. Kuse kann ich inzwischen schon nicht mehr ernst nehmen. Avanu, ja, müssen wir mal schauen. Das war's für mich. Ich bin nicht so, dass ich mich mit dem Einfluss aufschwenden bin. Ich bin schon jung. Ich habe mich nichtigmaalm, wenn ich das nicht mehr Zeitzeuge habe. Ich bin so, dass ich mich nicht schlecht bin. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das, was es? Was ist das? Das ist ein Unternehmen, zu sagen. Das ist das, was ich nicht. Das ist ein Unternehmen, oder? Das ist das Unternehmen, oder? Das ist das Unternehmen, dass ich nicht mehr Leben, dass ich nicht mehr so vieles Leben. Das ist das, was ich. Ich muss das, was ich. Ich weiß, dass ich das gut verstanden habe. Ich habe mich geholfen, dass ich das für mich. Aber... Ich habe noch nichts mit einem Körn-Litzen geholfen. Was soll ich denn das machen? Was soll ich denn das machen? Das ist das... Ich habe noch mal die Körn-Litzen geholfen. Oh! 渋沢組の人間です 渋沢? あいつが… 問題は… その渋沢以外にも… あの近江連合までが動いているらしいということです 近江連合? 奴らも殻の一坪? ええ その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません 今の争点掘りは… 私たちにとって鎌室町以上に危険です 少なくとも… もっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう そいつは… あんたらしくもね え? 織田も言ってた ビジネスにリスクはつきものだってな それをあいつに教えてやったのは… あんたじゃなかったのか? あんたの人造は… アジア外を長く離れるわけにいかねえ だが俺は… 逃げ回るだけなのはもうごめんだ 待たされるのも性に合わねえ あんたらどう言うが… 一人ででも争点掘りに行く 空の一坪の持ち主は… カムロ町に連れてくればいいんだな ええ… ですが… 俺も行きますよ キリュウの言う通りです、社長 状況の見えない争点掘りだからこそ 俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか 誰かが俺らより先に 空の一坪を手に入れれば… 全部水の泡なんです 安全策だけじゃ後手に回ります たまにはいいことを言うな、織田 リスクは承知の上… ということですね それでも本当に争点掘りに行ってもらえるんですか? キリュウさん ああ 私が指示したわけじゃありません ですから何かあっても… 労災は出ませんよ もう俺のために10億出してもらってる これ以上… あんたに金出させる気はねえさ そうですか でしたら… 結構です アユニアは… あっ… 見えまくりなかったです みんな…… あっ… 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 Bis zum nächsten Mal.